Ich möchte in einem Word-Dokument ein Stichwortverzeichnis erstellen, einen sogenannten Index. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe hier ein langes Dokument und am Schluss ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Das zeigt mir thematisch, wo was beschrieben ist. Aber ich möchte zum Beispiel ein Stichwortverzeichnis für spezielle Ausdrücke, für Fachausdrücke oder für Personen und ich möchte wissen, auf welcher Seite kommt denn dieser Ausdruck vor. Das ist ein sogenannter Index. Ich mache zuerst Index-Einträge. Ich gehe an den Anfang des Dokuments. Die erste Person, die ich in den Index aufnehmen will, ist Frau Garold Weck. Ich markiere diesen Namen und jetzt füge ich hier einen Index-Eintrag ein. Achtung, das ist leider nicht unter Einfügen zu finden, sondern unter Referenzen. Ich gehe also zu Referenzen und hier bei der Gruppe Index gehe ich zu Eintrag, Markieren und man sieht hier auch gerade das Tastaturkürzel, Alt, Umschalt und X. Also ich erstelle nun einen Eintrag und das vorhin markierte Wort erscheint hier sofort und ich sage hier überall dort, wo der Name Garold Weck steht in meinem Dokument, soll dieser Index-Eintrag eingefügt werden. Also alle markieren und man sieht hier hinter dem Namen Garold Weck Programmier-Code. Diesen Code braucht Word, um nachher das Index-Verzeichnis erstellen zu können. Wenn ich beim Startregister auf dieses Zeichen hier klicke, also die unsichtbaren Zeichen ein- und ausschalten, dann kann ich das auch wieder ausblenden, aber eigentlich ist heimlich dahinter dieser Eintrag erstellt. Diese unsichtbaren Zeichen kann man auch so ein- und ausschalten mit Ctrl-Shift und der Zahl 3. Dann sieht man diese Einträge wieder und Ctrl-Shift und die Zahl 3 und sie sind wieder unsichtbar. Ich mache den nächsten Eintrag. Ich markiere den nächsten Namen, Arno Grün und sobald ich hier in dieses Fenster klicke, dann wird auch der vorherige Name ersetzt. Arno Grün, alle markieren, jawohl. Und ich kann sofort weiterfahren. Ich möchte auch noch Remo Largo. Der Name ist markiert. Hier ins Fenster klicken, alle markieren und so kann ich nun alle Personen in meinem Dokument in den Index einfügen. Ich schliesse nun das Fenster und ich möchte ja nun das Verzeichnis erstellen. Ich gehe ans Ende meines Dokuments mit Ctrl-End und hier unten will ich nun das Verzeichnis einfügen. Leider muss ich hier die Überschrift selber schreiben, Personenverzeichnis und jetzt füge ich das Verzeichnis ein. Ich gehe wiederum zu Referenzen und diesmal zu Index einfügen. Hier kann ich bestimmen, ob der Index in zwei Spalten dargestellt werden soll. Das ist gut so. Und ich hätte gerne die Seitenzahlen rechts. Und OK. Und da habe ich sofort das ganze Verzeichnis. Ich stelle noch die unsichtbaren Zeichen ab mit Ctrl-Shift-3. Und jetzt sehe ich überall, wo dieser Name vorkommt. Also Garold Weck auf der Seite 1, 2, 5 und so weiter. Remo Largo auf diesen Seiten. Und das gibt mir einen prima Hinweis, auf welchen Seiten ich zu diesen Personen Text finde. Wenn man im Text weitere Stichworte in den Index aufnimmt, muss man unbedingt daran denken, am Schluss das Verzeichnis zu aktualisieren. Ich mache hier einen Klick in das Verzeichnis, gehe wieder zu Referenzen, hier bei der Gruppe Index, Index aktualisieren und sofort werden die restlichen Einträge hier übernommen. Das war's.